Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde HEARDSTONE Darum brauchst du so lange zum laden Und ähh.. steht da was wann genau der verfügbar ist Nein steht nicht da... schade Dann kündige ich eben noch nicht die... äh... Dings an. Die Park Opening. Zumindest nicht mit Datum. Hm... Das wird interessant. Keltusat gegen... Tracer... ...Rafan. Keltusat gegen... ...Rafan! Rafan! Der größte aller Archäologen! Stellt euch hier! Eingrifflich! Eingrifflich! Ich weiß nicht, wie viele Maler werden wir am Anfang haben. Eins? Ja, hab ich jetzt schon ein Problem. Ah, der geht. Alles klar! Das passt! Alles klar, hätte ich wissen müssen. Mhm. Kaufen oder Verkaufen. Das war dumm von mir halt hier diese Aktion. Ahahahahaha! Ist es okay? Wenn er mal aufhören würde zu lecken, dann ist es noch schöner. Weil euch nicht zu meinem Hintergrund laufen. Das klingt so. Hallo! Sehr schön! Jetzt haben wir Jetzt haben wir es so getäumt, dass wir es sogar zwei in einem Zug bekommen haben Die sind zwar ein bisschen Was ist denn da los? Das ist echt hartzahn heute Kroos Kroos Ich bemitleide euch. Ich werde das Blut in euren Adern gefeiert. Geintet näher und hört zu. Ich bemitleide euch. Ja, bla bla. So. Let me see. Nochmal der. Toll. Und fällt gecleert. Sehr schön. Vielen Dank. Wunderbar. Sehr schön. Alles klar. Also Kält tut es ab. Das ist wie gut an. Ja, okay. Alles klar. Ich bin gerade immer erst aufgestanden. Ich bin müde. Lasst mich. Ein Feind und drei Schaden zugegen. Zauber. Nix ist. Ich habe genau das, was wir brauchen. Zauber. Okay. Mal sehen. Das ist aber nichts, was wir... Och, man. Okay. Nichts, was wir nicht ausschalten können. Mal sehen. Zauber. Which one. Zeug. A riesige Runenklinge an. Den. Mach dich. Ich würde es ihnen allen zeigen! Ich würde es ihnen allen zeigen! Wir hoffen einfach mal, dass der da jetzt den da trifft. Ja! Wunderbar! Oh, ein Drachen! Ah, jetzt habe ich Angst! Wirkliche Ängste! Ah, ja! Nein! Ich bin doch unwiss! Ich habe einfach böse Field Control gehabt! Das muss man einfach sagen! Ähm... Sehr böse Field Control und ich habe schon gedacht, ich hätte scheiße, weil ich am Anfang nur die 5 wäre und so behalten habe, weil ich nicht wusste, wie viel Mana wäre! Ich meine, das letzte Mal, als wir so einen Boss gegen Boss hatten, da hatte er eine 5 Mana! Da hätte ich die ganzen Leute rausgebracht! Und ja, wir spielen nochmal! Wir hoffen, dass wir jetzt den Rafram bekommen! Und jetzt ist das eine Wurzul-Folge Hearthstone! Das ist ganz... Das hängt sich ständig auf... Das steht die ganze Zeit oben im Fenster, keine Rückmeldung! Ähm... Das geht mir auf den Nerv! Also jetzt schon! Nach zwei Runden! Nach nicht mehr... Nach nicht mehr zwei Runden! Das macht er sonst nicht und äh... Ja! So, die sehen wir nochmal... Der größte aller Archäologen! Der größte aller Archäologen! Stellt euch hier, allen Drämmling! Mh, ein Frostblitz! 2, 3, 4, Alter! 2, 3, 4, 5! Das war's! Und dann sind wir Schöner Film machen wir wieder weg! Hm. 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 Interessant. Mach mal auf. Ich werde es ihnen allen zeigen. Schwupps, da ist er wieder. Nächstes Mal packen wir nicht raus. Ein Zerstäuben. Hm, hm. Ja, gut. Ihr soll das Recht sein, Dude. Gut. Keine Traube für dich. Die Runde, wenn es sein, dann sie kosten. Vielen Dank. Hm, hm. 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 Aber das mal so. So. Und. So. 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 Nein. Kein weiteres Stabteil für dich. Weird. Ähm... Noch ein Cool Kick. Und noch ein Buffer. Äh... Tschüss. Patzt. Tod den Landbewohnern. Heilige Scheiße. Jetzt hab ich sie zweimal. Ich meine... Oh. Tut mir leid. Nein, tut's nicht. Kampffattlung registriert. Ja, Wulanfall Plus. Was? Okay. Okay, pass auf. Ähm... Dich weg. Äh... Dich weg. Und... Dich weg. Ähm... Dann... Sie... Ich... Das war's. Und ein Lower Tap. Vier Schaden auf den. Wunderschön. Na... Na... Oha. Du mieses Stück. Na zwischen zwei Zehner. Auch okay. Das Zehner muss sein. Was? Was? Dem setze ich ein Ende. Was? Okay. 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 So, der wird nicht mehr stärker. Alles klar. Und das Geile ist, wenn er mich angreifen sollte... Direkt... ... ist vorbei. Oh nee, du... Das ist nicht klar. Weil er ziemlich fertig ist. Wunderschön. Und das ist ein... Wunderschön. Und das ist ein... Wunderschön. Und das ist ein... Wunderschön. Oh nein... Wenn er direkt angreift, hab ich immer noch den hier. Oha. Ja, mixen wir. Mixen wir gebraucht, ne? Alter! Ernsthaft? Alter, Schede! Lol! Endlich eine zweite Chance! Gut gespielt! Das ist böse, ey! Ist das böse! Der kommt jetzt nicht mehr raus, der... Jetzt wird ihr den Schmack! Das war's! Alter, das... Das ist ja mal so böse! Ich habe genau das, was ihr braucht! Alter, das ist böse! Und das geil ist, wenn ich hier noch mal so einen Diener bekommen würde! So einen Star-Dark oder so! Das ist ja nicht mehr raus! Oh Mann, ist das böse! Ich sag's dir immer wieder, das hast du... Das ist so krank! Gut, ähm... Wir haben 10 Mana erhalten! Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen! Ach... Eine Minuten-Folge geht! Ähm... Es ist ein schönes Kartenkurs, glaube ich, spiele ich ein bisschen öfter die Woche noch! Bis zum nächsten Mal! Haut rein! Wieder schauen! During das Spiel ist es richtig!